Vor sieben Jahren verkündeten Prinz Harry und Meghan Markle ihre Verlobung. Doch dieser Schritt fiel Harry nicht leicht, da seine Familie wenig begeistert war. In seiner Biografie Reserve erinnert sich Harry an das Gespräch mit Prinz William. Sein älterer Bruder riet ihm von dem Antrag ab. Es sei zu schnell, zu früh. Im Grunde riet er mir sogar recht deutlich davon ab, überhaupt weiter mit Meg auszugehen, schreibt Harry. William hielt Meghan für schwierig, forsch und unhöflich, so Harry in seinen Memoiren. Auch König Charles äußerte Bedenken, jedoch finanzieller Natur. Als Harry ihm mitteilte, dass Meghan ihre Schauspielkarriere aufgeben wolle, reagierte Charles skeptisch. Es ist nicht genügend Geld für alle da. Ich kann nicht für noch jemanden bezahlen, soll Charles gesagt haben. Trotz der Widerstände gaben sich Harry und Meghan 2018 in England das Jahrwort. Wenige Jahre später zogen sie sich von ihren royalen Pflichten zurück und wanderten in die USA aus. In letzter Zeit sind die beiden vermehrt getrennt bei Veranstaltungen zu sehen. So wird Harry am 4. Dezember an der New York Times Deal Book Conference in New York teilnehmen, ohne Meghan. Ein Sprecher bestätigte seine Teilnahme ohne Begleitung seiner Frau. Ob dies auf Veränderungen in ihrem Leben hindeutet, ist nicht bekannt. Harry und Meghan haben sich dazu bisher nicht geäußert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017